Mitglieden und zehn Mädchen sind sie schon hier. So, jetzt muss ich gleich sprechen. So dumm war ich nicht für mich hier. Du bist weg. Du bist weg. Sag einfach nur mal. So, dann fahren wir alle mal. Danke. Danke. Bescheid oder was? Du sagst ja vielleicht immer so anständig. Oh Mann. Ja, ihr fahrt dann schon anständig im Vergleich zu seinem normalen Fahrstil. Aber ihr fahrt dann total verplant. Was macht der noch? Der hört sich da gefahren. Nummer wählen, Nummer bitte. Abbrechen. Befehl abgebrochen. Warum? Telefon. Telefon. Namen wählen. Namen bitte. Hetzenecker. Michael. Befehl abgebrochen. Malte. Personal. Raudi. So. Schaut's an. Mit der Kamerafrau. Und hier. Ah, lasst. Kamerafrau, trinkt nix. Wo ist er denn jetzt? Not. Jetzt fahrts doch mal ein bissel runter. Aber genau, jetzt kommt es mal ein bisschen höher, ich führte euch auf, das ist der Wahnsinn. 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 Das ist der Wahnsinn.